Kleine Fotosession mit Oberschiedsrichter Richard Flügel aus dem oberfränkischen Karoltsbach. Dingyi, ehemaliger Nationalspieler in Österreich, kommt natürlich aus China, ist hier einer der Top-Spieler und spielt im Halbfinale gegen Manfred Nieswand, auch einer der großen Namen im deutschen Tischtennissport. Er war der erste Gegner in der Bundesliga von Jörg Roskopf und auch der Letzte. Auf seinem Abschiedsspiel hat er noch einmal gegen ihn gespielt. Beim zweiten Mal war es fingiert, beim ersten Mal hat er gewonnen, weil er der Bessere war.